Was ist ein großer Pain für uns? Wir sind heute im Autohaus Schmitz in Ebernhahn im südlichen Westerwald. Das Autohaus Schmitz hat sich in seiner digitalen Weiterentwicklung die Frage gestellt, was ist ein großer Pain für uns? Und das Unternehmen hat festgestellt, ein großer Pain, also ein Schmerz sind die Prämienforderungen gegenüber Herstellern. Weiß man noch nach Monaten, welche Fahrzeuge man an Kunden mit welchen Prämien verkauft hat? Im Zweifelsfall nein oder nicht mehr wirklich. Das Autohaus hat deswegen eine Software programmiert, mit der diese Forderungen und der Status transparent nachvollziehbar sind. Das Autohaus Schmitz ist ein mittelständisches Familienunternehmen im Westerwald und Vertragshändler für die Marken Seat und Skoda. Wir vermarkten jährlich 1500 Fahrzeuge und sind seit über 30 Jahren am Standort. Im Autohaus Schmitz ist die Digitalisierung zentral in unserer Wachstumsstrategie verankert. Denn wir planen, über automatisierte Prozesse und den Einsatz der richtigen Software unsere Vertriebszahlen kontinuierlich zu erhöhen. Und im gleichen Schritt auch die Customer Experience zu verbessern und vor allem bewusst zu steuern und zu gestalten. Geworben haben wir uns mit unserem Prämienmanagement-System, mit welchem unsere spannende Digitalisierungsreise im Autohaus Schmitz begonnen hat. Kern des Projektes ist die Prozessoptimierung und Ertragssteigerung im Neuwagengeschäft rund um das Thema Herstellerprämien. Die Software begleitet den User von der Auswahl der passenden Prämie bis hin zur Auszahlung, um das Optimum aus dem Förderprogramm für den Kunden und auch das Autohaus rauszuholen. Die Software ist die Prozessoptimierung und Ertragssteigerung im Neuwagengeschäft.